und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen video ich bin der ruster und wir spielen eine runde lords of the fallen und ja wirklich schlau wenn ich ehrlich bin wirklich schlauer bin ich nicht geworden zumal ich nicht genau weiß nach welchen sachen wir suchen sollen ich habe zwar was gefunden aber schwierig schwierig echt schwierig meine meine empfehlung oder meine meine dinge ist wir machen jetzt wir versuchen sagen wir mal so wir versuchen jetzt den dud den komischen bruder zu machen hier bei dem denkmal den komischen lord irgendwas würde gern mein setup mal durchschauen der macht ja strahlens shit na vielleicht hätte ich das in dings machen sollen das ding wird uns nichts bringen weil wir müssen immer in bewegung bleiben würde gerne irgendwas casten was ihnen triggert oder was ihnen zum zum agieren bringt wie war das noch mal ja ob ihm das jetzt wirklich was bringt ich hätte schon gerne was was auf ihn drauf schießt na vielleicht vielleicht auch nicht aber die schießen schon mal glaube ich dann in eine richtung dann würde ich gerne gesundheitsrecken also die gesundheit regeneriert mit der zeit ja vielleicht er ist halt super nice dass wir schnell wieder angreifen können falls verabschiedet einfach nicht möglich sieht also auf ihn bleiben Wir müssen halt, wenn der in seine komischen Blitze schießt, müssen wir versuchen irgendwie in Bewegung zu bleiben. Erhöht Widerstand gegen Frost. Erhöht Heiliger, die heiligen Dings. Elementarabwehr, maximale Ausrüstung, Haralds Ring quasi, na? Feuer. Also den haben wir an, ich habe mich jetzt gewundert, wir haben nochmal einen Ausdauerring, ja nein ja, Mana, so oft treffen wir den nicht. Wir müssen eher, wenn er dann seinen Shit macht und sein brüchiges Leben aufheilt, dann müssten wir ihn ein-, zweimal anschießen, damit er sich nicht heilen kann. Aber das kam ja, oder das war, sagen wir mal so, unvorteilhaft, dass er sich da mehrmals hochgeheilt hat und irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Gewährt Gesundheit, wenn der Feind getroffen wird. Wenn wir ihn treffen, können wir quasi leechen. Mana, das war permanente Regeneration. Vielleicht auch nicht so schlecht, wenn wir dann im Kreis laufen und ihn dann einfach machen lassen. Wurfsachen, ja, vielleicht können wir was beim Anhänger irgendwie optimieren. Erhöht physische Verteidigung, erhöht den physischen Schaden der physischen Verteidigung. Erhöht heiligen Schaden und Feuerabwehr. Feuerschaden und heilige Abwehr. Ist das ein Ruf und Stärke Zauber? Was ist denn das überhaupt? Ein Zauber? Steht das da irgendwo? Zauber. Beschwört, strahlende Duplikate von Peter, die Feinde angreifen, ja. Vielleicht würden wir, warte, das war doch, ach nein, nur erlittenen Schaden. Bereinigt. Das war ja die Aura, die uns durchheilt, oder? Aber ist das nur einmannig, oder? Ja. Heilt euch durch Strahlen. Anhänger von Ossi, die Zauber anwenden, glauben, dass er nicht durch Fleisch und Knochen heilt, sondern sein geröttliches Licht auch die Seele des Empfängers belebt. Regnet den Boden, das war was am Boden, ne? Genau, da haben wir nur quasi das Feld, in dem wir stehen können. Aber ich dachte, wir hatten was, wo wir... Achso, das war aber das, was ich, glaube ich, dachte, ne? Ja. Kein Mana, okay, setzen wir uns hin. Dann kriegen wir wenigstens volles Mana wieder, dann können wir hier nochmal unsere Sachen testen. Nein, es ist nicht die Aura, die ich dachte. Und gebt euch mit einer strahlenden Aura die erlittenen Schaden reduziert. Achso, die reduziert nur Schaden. Ach, das ist das. Okay, damit könnten wir den Schaden reduzieren. Jetzt die Frage, na, es ist besser, sich zu heilen, aber wenn wir den Ring haben, dann vielleicht irgendwas Offensives. Siegne den Boden mit einem heiligen Siegel, dass alle Verbündeten, die es betreten, heilt und ihren statt. Das war das Siegel, ne? Ja, das war das Siegel, ne? Ja, ich weiß halt nicht, wie stark die Schwerter sind, ne? Aber kostet halt auch 40 Mana, ne? Was war das nochmal? Ach, das ist nur das so. Ja, das ist nur so ein He. Ja, ich glaube, das werden wir nicht anwenden können. Wir werden nicht so lange gerade stehen können, weil wir müssen schauen, dass wir immer in Bewegung bleiben. Deswegen, ja, manche Zauber sind echt ewig, bis die gecastet werden. Die Waffe buffen, das ist glaube ich nicht schlecht. Den Spell haben wir drin, damit wir ihn so behaken können. Hält euch durch Strahlen. Ja, versuchen wir mal. Dann, ähm, ich vermute, dass der Dude, wenn er mit Strahlen kämpft, nicht auf Strahlen, ähm, ja. Oder dass er da besonders resistent ist. Wir können ja mal Feuer probieren. Einfach unsere Waffe Feuer verzaubern. Hier packen wir rein, damit wir, falls wir... Na, was macht er noch? Das Bluten war, glaube ich, dabei. Und Strahlen. Aber für Strahlen heilen wir uns ja mit A. Das heißt, wir bräuchten irgendwas gegen Bluten. Ein Balsam, der Blutung heilt und vorübergehend erhöhten Widerstand gegen Blutangriffe gewährt. Das könnte vielleicht was sein. Ein Fläschchen mit dem Elixier, das Heilung des Status Blut verwendet wird. Aha, damit können wir das heilen und damit können wir uns stärken. Na, ich glaube, ich würde das mal nehmen. Wir packen das ein. Das lassen wir. Ja, den Rest lassen wir. Wir packen nochmal hin, dass wir alles auffüllen. Weil selbst mit Armbrust oder so schießen wird, glaube ich, schwierig. So klar, dass du... du Arsch da noch... Nein, nicht gut, der da... Vielleicht ist es jetzt wieder... Es ist halt immer so, ne, wenn du dich dann... Wenn du dann... Dann schleichen wir uns hier dran vorbei. So, hier... Dann wechseln wir hier die Welt. Das heißt, wir könnten hier sogar nochmal Leben leechen. Nicht? Okay, bitte. Das ist so nervig, wirklich. Warum haben wir denn kein Leben geleecht? Wie ich den Hund getroffen habe. Ja, mit zwei Heilungen weniger brauchen wir da auch gar nicht erst reingehen. Ich dachte, wir können... Hä? Warum hat das denn nicht funktioniert? Normalerweise, wenn wir Gegner treffen, leechen wir wenigstens das Leben zurück, das Brüschige. Aber der Hund war fast tot und wir haben nichts zurückbekommen. Und natürlich trifft dann in dem Moment der mit seinem doofen Pfeil und dann ist unser Leben weg. Was eigentlich gar nicht weg ist, sondern was wir theoretisch eigentlich aufgefüllt haben. Ja. Ja... Du hast mich gerade sehen. Du kannst. Wir machen. Du kannst. Ja. Du kannst. wenigstens haben wir jetzt fast alles leben ach der hat rüppost er macht wieder seinen komischen sturm shit das ist eigentlich nur laufen für uns ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach bitte, das kann doch nicht sein. Hm. Ja natürlich, das ist so dumm manchmal, dass der da einfach nachspringt. Natürlich, natürlich. Ich würde gerne nochmal wissen, ob das Feuer gut ist oder nicht so gut ist. Was ist das? Natürlich springt er zurück. Letzte Heilung. Es ist so lächerlich, dass er schon wieder so viel Leben hat. Natürlich kommt jetzt wieder das Ding. Ja... Wann hat denn der so viel Leben zurückbekommen? Also ich bin mir mit dem Feuer nicht so wirklich sicher, ob das geil funktioniert. Er hat jetzt nicht den Anschein gemacht, als würde er sich da... Ja. Feuerschaden. Strahlen. Fluten. Fluten. Dann haben wir sowas wie Gift. Dann lassen wir das Gift probieren. Die kosten... Die kosten halt super viel Mana. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das wirklich uns irgendwie viel bringt. Wir kosten nicht so viel Mana, rechtlich Mana. Dann doch lieber was, was uns heilt, oder? Das Schild, das auf dem Boden und hier heilt euch mit Strahlen. Damit uns das Mana nicht so schnell ausgeht, in der Hoffnung. Auch voll ohne die Glieder kaputt zu machen, weil die Kraft werden wir eh nicht haben am Ende. Wir werden die wahrscheinlich verlieren. Natürlich. Das dumme Ei wird angevisiert, ne? Das wird angevisiert. Ach. 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 Das war's. Ich lade mal nicht da hinten unser Leben auf, weil, ja, lassen wir. Ich lasse die Kraft einfach liegen, egal, interessiert mich jetzt nicht. Hab ich ihn getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ist auch so pervers, ne, dass er da noch drin trifft und mein, mein Dings wegziehen kann. Okay, er pastet wieder. Er hat ein bisschen Leben dazu bekommen. Ach, natürlich trifft uns das noch. Dass das Gift auch nur so kurz auf den Waffen hält, ne? Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn derart? Wo ist denn? Ja, das ist gut. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Oh, wir haben immer richtig Damage gemacht. Natürlich. Natürlich. Macht ihr das einen Shit? Gut. Es ist so dumm, ne? Es ist so dumm, dass er wirklich durch die halbe Arena springen darf. Es ist so dumm. Es ist so klar, dass ich dann so lange in der blöden Heilung drin bin. Ich will ihn in unser Feld. Warum hat denn der schon wieder so viel Leben? Hm. Hm. Es ist so dumm. Natürlich. Er trifft wieder. Weg, 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 weg. Er macht hier seinen Shit wieder. Weg, weg, weg. Oh. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Letzter Hit. zweite phase bitte nicht nein okay das war echt eine zitterpartie raus wir haben eine haut bekommen und was noch ich habe nur angst dass der hund kommt das war eine zitterpartie dass wir jetzt noch gegen den gewonnen haben ihr habt gesehen ich war die ganze zeit am nachheilen habe immer versucht wenn er sein sein brüchiges leben bekommt einmal habe ich glaube ich nicht geschafft zu ja dass er sich heilen konnte er konnte sich nicht viel aber er konnte doch so 20 25 prozent heilen was haben wir jetzt bekommen irgendeine haut auch hier ein stück haut von samuel einem ehemaligen dunklen krieger und dem bruder von paladin isaac der hingerichtet wurde weil er seine pflichten verletzt hat es ist und es ist und um wir müssen hier weg aber sonst wirkt es jetzt nicht so als hätten wir ja 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 wirdsack ich weiß auch gar nicht nach hier hier ist sogar unsere kraft okay das heißt erst mal zurück und ich setze mich mal oben ans feuer damit wir wieder healing aufbinden können und dann kämpfen wir uns nochmal den weg darunter aber da unten war war da unten noch irgendwas relevantes will jetzt nur heilung aufbauen oder wieder alles was aber wir haben sonst irgendwie nichts bekommen die haut und sonst waren das ja glaube ich nur im rest im rest der munitions tasche mit weil ich dachte wir bekommen vielleicht wenn wir den dude machen den sein schwert oder so weil der ja der abt wollte ja dass wir das schwert quasi besorgen malung verballert malung verballert ja wir sollten wieder den ding anziehen den den ring oder regeneriere leben er ist eigentlich irgendwie praktisch aber aus endlich fahren aus we So brutal, ne, dass der so viel Damage macht. Ach, der lebt noch. Ja, hier unten, das, ja, die züngelnde Flamme ist auf jeden Fall so eine Trap, eine Mimik, deswegen lasse ich die. Aber sonst war hier drüben nichts, ne. Ja, schauen wir erstmal nochmal da unten nach. Okay, da ist auch noch einer. Achso, kein Mana mehr. Okay. ist halt immer so geil du musst halt immer 17.000 Sachen machen, den Ding rausnehmen hier wüsste dann hier unten war ja auch irgendwie kurz Mana aufbauen aber keine Ahnung, das Tor ob wir da jetzt irgendwas haben, damit wir durch das Tor kommen weiter Mana aufbauen hier sind auf jeden Fall ich bin ja gespannt, ob die irgendwann mal auch uns angreifen aber es wirkt schon wie eine Tür hier von der anderen Seite wahrscheinlich zum Ausmachen oh oh, hier ist eine Light da habe ich das letzte Mal nicht gesehen oh war das letzte Mal auch da haben wir hier schon sind wir hier das letzte Mal schon nein Himmelsrastbrücke ach, wir sind auf der Rückseite von der Arena von Tita haben wir Heilung warte mal ich pumpe mal Mana nach Heilung sollten wir noch haben ne, sechs Stück wer ist da in der Mitte in der Arena irgendwer muss ja da unten sein noch hier geht's nicht weiter Okay, das Ding haben wir da hinten ist auf jeden Fall wer hier oben muss da auch noch wer sein, oder? Juhu hier, das ist die Rückseite von dem von dem von dem Tor habe ich die Leiter echt übersehen das letzte Mal da oben ist wer da ist wer da hinten ist auch noch wer wenn wir das jetzt hier öffnen wahrscheinlich nicht was auf da stimmt, es gab ja irgendwo noch in der eine Turmtreppe haben wir jetzt eine andere Turmtreppe stimmt, es gab hier irgendwo eine Leiter wo die nach oben geklappt war wir haben eins zwei drei drei haben wir erst gemacht ich dachte fünf gibt's nur vier Feuer das ist die Leiter die die wir das letzte Mal die ich da gesehen habe würde aber gerne hier unten nochmal schauen ob wir in der Arena noch irgendwas finden oder ist das jetzt hier quasi nur der Shortcard ich dachte man kann hier das Tor aufmachen oder so da oben ging auch nichts hier sind wir runter hier ist echt nur der Shortcard den habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen ja wie gesagt also einerseits blind ja aber andererseits ist man auch manchmal blind wie wie so ein Fisch okay jetzt sind wir quasi in dem anderen Turm auf dem Tor er würde sich doch hier anbringen hier oben irgendwie einen Schalter zu machen dass man dann das Tor öffnet können wir nicht damit sollten wir jetzt hier oben bei dem Balkon sein wo genau hier war die Kiste wo auch das die Rüstung von Peter drin war genau hier geht es in die Arena hier haben wir gekämpft das war der erste große Busfight hat mich echt Nerven gekostet dann sind wir hier in Himmelras ich glaube da ist irgendwas fehl irgendwas stimmt da nicht mit der Quest hier da bin ich mir nicht sicher was wir da machen sollen vielleicht müssen wir irgendwo hin in die Welt und den dann treffen was ich jetzt kurz schauen möchte und zwar hier in dem Buch wo ist denn die erste Seite es gibt doch fünf Feuer und drei haben wir erst gemacht ich glaube unten das am Baum haben wir gemacht dann das in der Mitte in der City glaube ich und das in dem Turm das heißt oben bei der bei der Kapelle fehlt glaube ich noch und link oben am Berg fehlt glaube ich noch das sind die zwei Sachen die noch fehlen er ist ja weg ne ja er ist jetzt weg auch mysteriös ne dass er einfach weg ist Rüstung aufwerten fünf ja wir brauchen noch drei Stück um weiter abzukreten aber wir könnten so ein Schild verkaufen so den Rest packe ich in die Kiste ansonsten würde ich ich habe zwar gesehen wo wir einen dritten Glitter herbekommen vom für den Spiegel aber was uns das bringt weiß ich noch nicht aber wir werden das herausbekommen alles was wir nicht brauchen packe ich schon mal rüber ach ja genau die haben wir ja von irgendeinem irgendeinem Dude bekommen die die kann ich auch erstmal rüber geben dann habe ich hier unsere ja zwei Armbrüste oh 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 Aber es gab nur die größte Glimpse in den Umbrel, die Fragmentierungen von dem, was ich bereits erwähnte, so viel mehr zu sein. Die Menschen mit Umbrel in Umbrel sind als Heretik von den Hallow-Senteneln entdeckt, und typisch gegründet worden in ihrer Prison-Tower. Ich wundere mich an welchen Morsels von Umbrel-Insight finden könnte in diesen Wallen. Geh, und gehör was du. Ich glaube, wir haben das schon, oder? Ach, er bietet jetzt das Ding, jetzt bietet er wieder die Sachen an. Zum Turm, und beeilt euch. Zum Turm. Ich will mal kurz nach Umbrel. Ich weiß jetzt nicht, welchen Turm er meint, ne? Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich hier auf die Karte schaue, wo ist das hier? Okay, ich reiße mal. Aha, wir können dann leveln. Wollen wir das? Natürlich. Strahlen. Dann würde ich als erstes mit euch, weil das habe ich nachgeschaut. Es gibt, und zwar beim Aufzug, beim Lastenaufzug, können wir den dritten Splitter holen. Es gibt wohl scheinbar nur drei Splitter für den, für den Spiegel. Der dritte Splitter war, hier hinten glaube ich. Ja, hier hinten war das. Okay, er ist schon mal weg. Aber hier sind noch mehr, naja, hier müssen wir aufpassen. Oder ist das der Ding? Da hinten war noch der, ja, der, der Arm. Geheilung. Wir haben ihn auch geräst, sehr gut. Dann noch der Hund, der ist ja hier hinten. Nice. So, ich will erstmal hier mit euch den Raum clearn, weil hier ist der Splitter. War hier nicht noch wer? Ja, guck mal. Genau. Ich will jetzt nur nicht, dass wir hier auch noch gebacksteppt werden, hier oben clearn. Dann war hier, war doch noch so ein Ding. Ja. Und hier unten, genau da unten war, oder ist der, der Ding. Ich schau mal, ob wir safe sind soweit. Ja, genau. Glas Splitter. Ja. Okay. Wir haben alles. Meine Befürchtung ist, ja. Ich sag's so wie sie ist. Da, da, da einem ja auch der Überblick fehlt, wohin und welche Sachen wir erledigen müssen, sollen, whatever, werden wir wahrscheinlich, oder werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Folge oder so, so wie wir schon mal gemacht haben, einfach die Bereiche, in denen wir schon waren, nochmal abgehen. Interagieren. Interagieren. Der Spiegel wurde vollständig restauriert. Toll. Jetzt? Kann man den nur hier betreten? Ne. Oh ja, der Neues Item. Sir. Ein Messer, das eine Steinklinge mit einem Knochengriff kombiniert. Beide unglaublichen Alten hat merkwürdigerweise keine Spiegelung. Ach, brauche ich das für den Spiegel? Ist das so ein Hinweis? Einige der zahlreichen Rituale, die von den Notar zur Ehren der verdorbenen Mutter geschaffen wurden, beinhalten das Wildbauen von Fleisch und Knochen nur eine der Umprallkünste, in deren Moron frei von Gewissen und mit völliger Hingabe an seiner Arbeit ein Meister wurde. 8000. Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter dann so ein kleiner DLC ist oder so, oder dass man hier später vielleicht in die DLCs reisen kann. 8000, ja okay. Das heißt, wir ruhen. Ja, wenn wir 8000 Seelen haben, dann gehen wir mal zu dem und holen das und dann schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Ich würde gerne mal einfach irgendwo in die Lande mich rein teleportieren. Am besten irgendwie am Anfang und dann einfach mal schauen in die Weite, wie viele Leuchtfeuer wir denn jetzt schon geläutert haben. Bei meiner Wahrnehmung haben wir 3 geläutert und 2 fehlen noch. genau das an den Turm fehlt noch, das da hinten fehlt noch, 1, 2, genau 3 haben wir gemacht. Und das ist laut meiner Wahrnehmung sind das genau die unteren 3. unten auf dem Baum, dann auf der, nein warte mal, das ist da oben in den Bergen, okay. das ist da oben, das ist da oben in den Bergen, ne ne ne, das ist, also die 2 auf der linken Seite fehlen noch. Okay, das heißt, wir haben das oben in der Kathedrale gemacht. Ich glaube, dass da oben war das Schneegebiet. Dann da unten drunter, das war die Stadt, die verbrannte oder die brennende Stadt. und unten der, der Baum, das war ja der, der Reiter oder der auf dem Reiter, das, das heißt, wir müssten eigentlich vom Moor da hoch, aber welchen Weg. Warte mal, unten ist die Brücke, ganz im Nord-, im Süden, das, da war doch die Brücke, wo der drauf war, der, der Vernichter mit dem Feuer. Es war doch dort, oder war das, irre ich mich da jetzt. Den anderen Pfad, der andere Pfad, wo war denn der andere Pfad dann? Okay, es müssen aber auf jeden Fall auf der linken Seite zwei Feuer sein. Einmal auf dem Turm und einmal oben in den Bergen. Das wird wahrscheinlich das, das, das Endgebiet sein. Das ist da oben dann. Was mich halt nur irritiert, wir sind ja durch diese Mine gelaufen. In dieser Mine ging es ja echt nur runter. Und trotzdem müssen wir aber irgendwie hoch. Und er meint wahrscheinlich den Turm, den Turm. Aber wie kommen wir zu dem Turm? Über die Stadt? Über die Stadt? Eigentlich? Ach ja, stimmt. Wir waren ja noch bei diesen Überresten, wo wir den Schlüssel von dem Abbrauch... Haben wir den Schlüssel jetzt bekommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, wir haben keinen Schlüssel bekommen. Die Standarte. Okay, das heißt, eigentlich unser... Er sagt, ganz klar, unser Weg ist da hoch. Zu diesem Turm. Weil einen anderen Turm auf der Karte würde, glaube ich, kein... Ach, wo ist das da? Ein anderer Turm würde keinen Sinn machen, ne? Weil das einmal ist in der Stadt. Den Baum haben wir quasi geläutert. Und der Turm da oben, das war im Schneegebiet, wo wir die komische Krähe besiegt haben. Da sehen wir doch den Turm. Da war ich ganz erstaunt, weil das ja so doch relativ weit weg war von der Boss-Arena, wo wir dann das Feuer geläutert haben. Das heißt, wir müssen eigentlich irgendwie über die brennende Stadt darüber. Die Frage, ne? Ist die Frage. Hier ist das brennende Dorf. Vielleicht ist es auch nicht das, ne? Warte, ich porte uns mal. Vielleicht sehen wir ja... Okay, hier sehe ich genau gar nichts. Wirklich null. Aha. Ja. Richtung. Könnte stimmen. Wir sind schon mal näher. Das heißt, wir sind jetzt laut Karte sind wir jetzt... Oh, sorry. Laut Karte sind wir jetzt... Auf der rechten Seite von der Brücke, von der mittleren. Nicht von der... Nicht oben das Aquädukt, sondern in der Mitte. Vermute, wir sind da... Rechte Seite ist das Dorf. Da sind wir jetzt irgendwo. Und wir schauen, wenn wir in die Richtung schauen, einmal... Wohl. Warte mal. Kann sein, dass wir hier... Dass ich das falsch sehe. Teleportiere mich mal... Äh... Warte mal. Wo waren... Wo waren das... Ähm... Die Überreste... Wo wir in dem Kloster oder irgendwas waren? Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das Point? Hier... Wo war denn das? Aber ich glaub, da sind wir unten bei der Boss Arena. Ach, das hab ich auch geschaut. Das könnten wir machen. Ja. Hier unten sind wir in der Boss Arena. da müssen wir in die in die box in die brücke ja das sind so sachen wie willst du darauf kommen ich weiß jetzt nicht ob wir uns das leisten können aber wenn wir mit mit mogul sprechen dann können wir kaufen ja wir brauchen das teil brauchen wir das können wir uns leisten sehr gut das kauf ich das sind nämlich die umbreite klumpen dieses item brauchen wir weil ich habe nachgeschaut welche reste soll man da sammeln wo ist wo in welches gebiet und dann stand aber nicht irgendein gebiet sondern dass man ja dass man das dort kaufen soll wie soll man das oder wie soll man das wissen ohne ohne das vorher zu wissen also immer ich finde es immer genial wenn das dann leute rausbekommen klar manches bekommt man auch selber raus aber manche sachen bekommt man einfach nicht raus oder stehst du einfach an aber das heißt wir gehen jetzt hier her weiß jetzt nicht genau wie das steht weil steht nur im wiki dass man diese reste braucht um raste klumpen übergeben war es jetzt gut oder schlecht das war nicht gut es ist es ist zum leben erwacht wie geht der mutter interagieren interagieren ihr habt ein umbrall damen kapsel wo was ist das ja das komische ding haben wir bekommen dass das ist noch nicht dachte wir hatten ein set bekommen weil hier eine führt da mal raus die die gebrannt mag der bestimmte um drei damen kapsel das war ein npc da steht dann lebe jedes lebewesen das sich umrall aufhält ist in jedem moment in dem in einem wesen bedroht das gleichende grauen das sich langsam bereit macht baut sich in der schrecklichen unvermeidlichen bento presento immer weiter auf heißt wir sollen jetzt hier über oder was ach muss ich mich hier rüber ziehen lassen aber ich kann hier nicht ich bin ja wort was passiert jetzt interagieren wie geht der mutter verlassen wir sind dann quasi hier rüber gereist da ist aber ich kann nicht wechseln ach wir sind schon in umbrall müssen wir jetzt hier irgendwo hin springen nicht hier in den zusammen nein also hier ist der einzige okay okay ich hole mal unsere kraft die wird wahrscheinlich da drüben liegen ja was passiert hier oder ja unglaublich wie geht der mutter man kann ja jetzt wahrscheinlich immer wieder dorthin ne ich hole mal unsere kraft die wird wahrscheinlich da drüben liegen ja okay wir springen aber es wirkte so als könnte man darüber springen und dann naja da unten ist auf jeden fall was die frage nur wie kriegen wir das darüber weil wenn ich da runter springe komme ich glaube ich nicht wieder hoch wo war denn das kann ich das verwenden einfach so wahrscheinlich nicht verwenden habe ich das jetzt verwendet wahrscheinlich nicht oder noch da ja was kann man jetzt machen im Prinzip haben wir jetzt erstmal nur diesen Samen bekommen ne das heißt mit dem Samen gehen wir jetzt nach Himmelrast und schauen dass wir da irgendwas machen können oder halt auch nicht ne ja ihr habt ein Umbral Samenkapsel erhalten wir sind aber weiter ein Umbral ok ok wir haben wieder ein Puzzleteil gefunden also wirklich ein ein Fitzelchen ich suche nur überlege die ganze Zeit wo das Ding war wo wir in der Stadt waren ne wo wir in der Abtei nicht Abtei Kloster oder irgendwas ja Abtei Kloster waren wo wir auf jeden Fall drei Türen oder so öffnen konnten mit dem mit dem Schlüssel vom Abtei Schlüssel oder irgendwie so so das heißt wir sind jetzt hier so wir haben das interessiert sich nicht vielleicht interessiert das die hier oben nein komisch dass er das auch dass ihn das auch nicht interessiert mit dem der der die den den das war den dem nicht den nicht gesehen haben. Dass wir hier auch nichts machen können. So, der applikatorische Streichler. Das ist echt verzwickt ein bisschen gerade. Hier war der andere Eingang. Ja, Gelinde glaube ich jetzt nicht, dass die uns helfen kann. Ich schaue nochmal bei den anderen zwei vorbei. Nichts. Aber auch komisch, ne? Die Frau, die wir getroffen haben, haben wir einmal da draußen gesehen und dann nie wieder. Teleport. Wo war, wo war denn der Zugang? Nest war es nicht. War das hier? War das hier, wo wir den Schlüssel brauchten? Aber wir haben noch keinen Schlüssel bekommen. War das hier? Hier war auf jeden Fall noch was. Teleport. Und das muss hier in der Nähe gewesen sein. Wie kamen wir denn jetzt? Von hier? Kamen wir hier von der Stelle? Dorthin, wo ich denke. Ich weiß es jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Hier hinten? Hier hinten kommen wir ja nicht rein, ne? Naja. Naja, wir müssen hier suchen. Hier in diesem Gebiet, glaube ich. Und wo war der Weg zu diesem Ding? Da hinten? War das da hinten der Weg? Weil wir hatten ja den einen Dudeblatt gemacht, ne? Oder die zwei Ritter, die da rumlaufen. Und wir hatten... Ach, wie war denn das jetzt nochmal? Wir konnten auf jeden Fall mit einer Schnellreise dorthin, ne? Mit einem Lift nach oben. Ja. Ja. So. So. Weil hier oben hatten wir den frei. Da oben rum. Da oben... Ja. Weiß nicht mehr genau, wie das war, da hoch. Aber... Das ist ja unser Weg jetzt erstmal. Und der Hund ist schon mal weg. Bitte jetzt keine Heilung. Naja. Ich will jetzt hier die Leiter hoch. Hier war der andere Dude, ne? Naja. Hier hoch schnell. Du... Dates. Nichts! Dates! Naja. T History. genau hier ist der dude auf der anderen seite wir müssen darüber nach unten hin glaube ich noch hier hatten wir den short hat freigemacht genau hier kommen wir nicht rein weißt du müssen irgendwie von da innen hier hatten wir den samen platziert ja nicht optimal ist in der stelle ich platziere den jetzt einfach mal damit wir hier sind hier wird ja nichts passieren sonst naja da drüben ist der turm da müssen wir hin oder das sollen wir ihn laut dem seine aussage aber es gab glaube ich noch ein da habe ich noch einen anderen weg hierhin aber ich wohne da hinten genau ist er schon ach nein das war mein geld gehen zurück Ich dachte, ich wollte nämlich den seinen Loot einsammeln, hab dann aber aus Versehen hier die Dinger erwischt. So, hier ist... Warte mal, hier war doch noch ein Loot. Das können wir nicht aufmachen, ne? Das können wir nicht aufmachen. Da drüben die Tür versuche ich mal. Schlüssel von Abt. Ja, wir brauchen irgendwie den Schlüssel. Hier unten war, glaube ich, das gleiche Problem, ne? Der Dude? Ach, hier. Wen können wir rechnen, oder? Ach, wahrscheinlich das Anglitz, oder? Auf dem Anglitz habe ich jetzt keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Hier war ja auch, glaube ich, der Schlüssel, oder? Irgendwas übersehe ich. Ich dachte mir, warum ist hier eine Holzwand? Wir sind auf der anderen Seite von dem Ding. Sag, geh rein. Schlüssel. Ah, letzte. Ah ja. Tja, wir haben zwar was gefunden, aber nicht das, was ich dachte. Oh Mann, ist das verzwickt. Das heißt, eigentlich unser Weg ist, den Schlüssel zu finden. Ich würde sagen, da ich absolut keinen Plan habe, das würde ich gerne noch mal kurz checken, wie hier der Weg war. Genau, hier war der Lift, den hatte ich gemeint, aber ich wusste nicht mehr, wo der Lift hinführt. damit ich mir das merke, damit wir, falls wir den Samen nämlich wieder wegnehmen und den woanders hinblenden, damit ich weiß, von welchem Überrest Samen wir da hinkommen. Ich hoffe, ich merke mir das dann. Aha, das war hier der Dude, genau. Da ist weggegangen. Ja. Ja. Ah, ich weiß, vom Haus können wir hierher. Von dem Wirtshaus. Ist zwar ein weiter Weg, aber... Ah, okay. Genau, hier über das Keller-Ding. Oh, große Tellarion. Geil, geil. Redus. Hier war da auch noch irgendwer, ne? Ich hätte ja damit gerechnet, dass man hier irgendwo den Schlüssel findet. Der ist aufgeschreckt. Nein, der sitzt dahinter. Der ist da. Okay. Hier oben war noch ein Dude, ne? Ja. 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 Wir können mal zurück zu dem Haus laufen. Vielleicht ist ja der Dude wieder an dem Haus. Genau hier über das Ding konnten wir zu dem Haus, also zu dem Haus der irgendwas, der Brüder. Ja, ich laufe jetzt einfach mal durch, weil ich das wissen möchte. Ich sehe eh schon, dass wir von der Zeit her echt schon wieder gut vorangeschritten sind. Obwohl es ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen eine chaotische Folge war mit vielen Sachen. Ein Scherz, oder? Ich will jetzt nicht sterben. Wegen. Ah. Okay. Auch wieder super knapp. Aber hier die Überreste. Hier an dem Haus. Falls wir den anderen Weg nicht haben, obwohl es waren, da wir da jetzt relativ viele Wege schon haben, kommen wir relativ schnell dorthin. Jetzt nicht der knappeste Weg dorthin. Ähm, ja, ich würde, aber hier der Dude ist nicht mehr da. Vielleicht ist der unten am Haus jetzt. Das würde ich gerne noch kurz checken. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier wäre, ne? Ja. Tja, keine Ahnung. Aber wir haben wenigstens den Samen jetzt da hinten geplantet und ich würde das jetzt hier auch erst mal die Folge beenden. Ich bohrte mich natürlich wieder zur Himmelsrast zurück. Vielleicht müssen wir auch in die verbrannte Stadt nochmal. Ähm, da wo die ganze Asche war. Da war ja irgendwie eine Boss-Arena, aber ohne Boss. Vielleicht kommt da jetzt was? Haben wir irgendwas getriggert? Ich habe keine Ahnung. Ich danke euch fürs Dabeisein. hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Servus.